Schöne Klasse, auf. Die Spaziergänger sind ja gar nicht so gern. Die beschweren sich, weil man da seitlich an der Strecke steht. Manchmal, weiß ich auch nicht, übertreibt kann man es auch. Klasse. Auf Kaltstadt, auf. Hopp, Kaltstadt, auf. Oh nein. Klasse, auf. Auf Jochen, auf. Super, saustark Jochen. Klasse. Saustark. 1,40 kommt da rein. Saustark. Da kommen schon die Nächste. Alex kommt, auf Alex. Hopp Alex, hau nein, auf. Super Kaltstadt, auf. Auf Alex, hau nein, klasse. So, jetzt kommen sie nach und nach. So. Super. Klasse. Sau stark. Super. So, und jetzt zieh ich mich an, weil ich sonst frehe ich noch. Auf, klasse. 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 So, jetzt wollen wir, wenn wir. Auf Michael! Klasse! Auf! Super Michael! So, mein Winfried hat mich sechs Kilometer vorm Ziel überholt und dann mal in Minute gehe. Und da ist einer von der Castor Blindschleicher, den Namen kenne ich leider nicht. Schascht Zahn! Jochen Zahyer hat Michael Faulhaber geschlagen. Den hat er in der Packung geben heute. Aber unter Vereinskameraden sind wir ja nicht mehr so glücklich darüber. Da wissen wir ja miteinander. Herr Kuhlmann hat den Marathon gewonnen. Wir haben es gerade noch so geschafft, wir halten Marathon, um ihn hinter uns zu lassen. Ja, Alex freut sich ja, er hat heute den Uli Puhlmann geschlagen. Ja, ich auch Uli! Das erste Mal! Das erste Mal, dass ich vorhin erst mitzukommen. Echt? Oh, ihn könnt ihr doch auch noch adoptieren, oder? Könnt doch auch noch ein Bordowski sein. Von der Frisur her! Ja, das war ja zu indespektierlich auch. Der Lauftritt Zellinger ist jetzt auch im Ziehen. Der Ernst hat einmal sein Comeback wiedergegeben. Ja, Gott sei Dank! Und der Helmut sitzt auch schon auf der Bank. Morgen werden wieder brödlich gebockelt. Ich ziehe jetzt mein Volubel an. Genau, und wir gehen jetzt alle zum Duschen. Die Marathonis können Marathonis sein, wir sind Halbmarathon und wir gehen jetzt zum Duschen. Ja, Elfmann, Ade. Ja, genau, der Statement Helmut ist noch gut. Der hat eineinhalb wirklich noch gelaufen. Ja, also längere Lauf. Ja, aber... Ja, alles klar! Ach so! Ich wollte eine Frau! Okay, das ist so. Ich sehe was wieder! Schlussbild! Ja, alles klar! 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 е adapting. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020